Doch der wahre Name des Mädchens, das an Frank Floyds Seite war, lautete Susanne Chipman und sie war die älteste Tochter von Sandy Chipman. Erst im Jahre 2014 gab Frank Floyd die wahre Identität des Mädchens auf den Bildern preis. Er hatte das Mädchen im Alter von vier Jahren entführt, sie als ihr Vater großgezogen und misshandelt, sie zur Prostitution gezwungen und sie später geheiratet. Sie höchstwahrscheinlich umgebracht und ihren Sohn Michael gekidnappt. Über die Umstände ihres Todes hatte Frank nie etwas gesagt. Man konnte nie herausfinden, ob er wirklich was mit dem Tod zu tun gehabt hat. Jedoch gab er den Beamten im Jahr 2014 noch eine weitere Information.